Hallo, heute erklären wir, wie man eine Klimaanlage richtig reinigt mit dem wie man entsprechenden Klimaanlagenreiniger. Man setzt sich natürlich erstmal ins Auto, nimmt den Deckel ab und an diesem Klimaanlagenreiniger ist oben eine Arretierung an dieser Dose dran. Diese Dose stellt man für ziemlich mittig in den Fahrzeugraum, nicht direkt an die Lüftung. Wenn es geht, halbwegs fest der Stand, ungefähr hier, sofern man es sehen kann, neben der Handbremse hier zum Beispiel. Man schaltet die Lüftung auf komplette Umluft, arretiert die Dose komplett, sodass das ganze Zeug komplett aussprüht. Macht die Tür zu, das ganze dauert ungefähr 2,5 Minuten bis die Dose leer ist und 10 Minuten sollte das ganze einwirken. Danach das Auto einfach nur gut entlüften und dann ist die Klimaanlage gereinigt.